Also das ist jetzt im Moment der Stamm ist hoch und das ist im Prinzip das Anliegen und das sozusagen das wichtigste Interesse im Moment ist, dass eine Kontakte, die irgendwie hier existieren oder andere existieren, sei es zu Unternehmen, sei es zu städtischen Fördern, das ist natürlich nicht nur, dass ich von der Stadt nichts nehme oder das Projekt nicht nehme, aber es gibt sozusagen nicht die Ziele. Ich will hier kein Grunde genommen, es wird ein finanziertes Projekt haben, sondern ich will ein Projekt haben, wo die Firma mit angeben kann, sondern wir unterstützen hier ein neues Reichstaghaus, oder nicht, und das sieht gut aus und da haben wir auch noch. Und wenn dann allerdings der Finanz-Beschäftentwicklung sagt, ja wir wollen das fördern und wir sind hier im Ziel der Lage meinetwegen ein paar Punktkosten zu tragen oder man hat jetzt meinetwegen das WMGS, gegenslanges Lernen, also einen eigenen Arbeitsbereich, die sagen, das passt da rein, da würden wir völlige Betreuung werden zu unterstützen. Hier ist zum Beispiel eine Art, institutionell, also es geht natürlich um die Lohnkosten auf Dauer, die sind natürlich der größte Button und die Lohnkosten sind, weil man eben hochwertige Arbeit und hochwertige Betreuung begleiten braucht, und zwar von Leuten, die da noch Bock haben und die da nicht in ihrem 2, 3 Auge stecken, sondern, also ich stelle mir da eben vor, 2, 3, 4 Leute, die da beschäftigt sind, um dieses Unternehmen, und 20 oder 25 von denen sind eben jeden Tag vielleicht 5, 6 Stunden beschäftigt. Ich glaubte auch, dass du sie findest, nur ich hab's im Teil in München erlebt, dass es ganz schnell rumkippt, dass die einen da nicht wieder rauskippt, das ist was Besseres, oder die einen haben was anderes? Ja, natürlich muss ich sagen. Die Leute wollen eben nicht, das sind ganz normale Stellen ausgestütten, da können wir uns im Lebenslauf bewerben, und aus meiner Sicht an Stellen, wo ich ein Handwerk verlegen kann, habe ich Bock für im Handwerksbezicht X oder Zeitarbeit für 10 Euro pro Stunde zu arbeiten, oder habe ich Bock für 14 Euro pro Stunde im Haus für X-Arbeit zu arbeiten? Ich will einfach in dem Fall, wenn es um die Zahl der Arbeit geht, und soll natürlich auf Dauer möglichst finanzielle Arbeit ausgewöhnlich sein, das ist ja logisch. Aber das erste Mal soll es darum gehen, das sollen attraktive Arbeitsplätze sein, die Leute sich nicht im Arsch abarbeiten müssen, und wo man auch ein Kind oder eine Familie mit kofinanzieren kann. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es eine hochattraktive Stelle wäre, für einen alleinerziehenden Tag oder eine alleinerziehende Mutter, die eine Alltagsstelle haben und gesagt haben, so einen halben Tag betreue ich diesen Ort, das ist der Wörter und Hüter, das ist der Ort mit Kranbeter, ich kann da mein Kind selber unterbringen, und derzeit betreue ich die Mailwerkstatt, und jeder meint den Mailwerk. Das können ja auch genauso wie derjenige, der schreit, hochqualifizierter Schreit, er dafür bezahlt ist, dass er da, wenn die Werkstatt wäre, selber schreiben kann, und dann das Halbzeit herzhaft macht, und die andere Hälfte zu sagen, dass das das macht, ist doch einzig, und wenn das Haus bezahlt der Schock ist, ich kenne so viele Leute, die vergeben hier 6 Euro, irgendwelche Top-Locken, die echt gut zu qualifizieren, das verdienen 6 Euro, die ist schon in der Kärne, also da kann man ja wohl besser ... Das ist ja ... Also ... Die Straße der Pisten! Das ist der Ansatz hier, weil es so kleine Heide in Dresden und alles vermutlich einer Art technischen Produkte, wie wir ein Beispiel der Geschöpfung von Reichen, die wäre von Reichen, er hätte schon die Schuhe von irgendwelchen komischen Straßentypen angesprägt, und das ist irgendwie nichts anderes, weil wir hier stehen in der Lage, die Datenbukabe, wo ich meine, das ist schon in Afrika, da zahlen sie seit Jahren, ist pro Jahr 150.000 für, ja, da brauchen wir nur ein Drittgespräume, aber es kann manche meinen, wenn wir in der Hand verhängen, mit Tutschen, in Afrika, das war was, worum ich in München immer gebeten habe, so ein bisschen größer werden, aber man setzt sich dort lieber, wie soll ich sagen, Alternativen für alles. Das ist ja auch okay, aber die Zeit hat sich ja verändert, von der Wirtschaftszeit vielleicht auch nicht, wie wir uns vor Ort hätten, das hat sich unerscheinlich viel getan, denn ich weiß auch, dass ich, ich als Einwörter musste studieren, da waren die ganzen, sehr viele Berufe, die kleinen Fotografie, Schauspiel, auch so weiter, war es ein Nischenberuf? Ja, das heißt, also sowas zu machen, war dann noch der Nische, zehn Jahre später, das nicht anzuschauen, wenn sie da in einer Soberatung, keiner sagt mehr, was möglich ist, was zum Gespräch, und das heißt, also wir haben einen groben erklärt, eine Szene gehabt, in den letzten Jahren, da haben die, das was man früher die alternative Szene nannte, das waren also, ich spiele bis heute nicht mit Popper, ja, also, aber klar hat sich irgendwie eine Abneigung gegen so irgendwelche komische Gaffens und irgendwelche Schickimikis aber, die wählen ja trotzdem inzwischen zu viel fein grünen und, äh, äh, bitten, was das Schicksymikis und kann zu Hause den Ruder entdeckend bestehen und versuchen zu meditieren, da macht man manchmal den Krampf, zumindest dreimal die Woche Yoga, äh, also, es ist ja nicht so, dass die Szene hat sich selbstverständlich verändert, das heißt, wir haben uns heute viel besser vor Ort, der uns dann ausgerechnet, für einen solchen Ansatz als in 80er Jahren, äh, das wichtigste ist, dein, der ist also, der Beleg in Haus, der Ansatz, hat sich genannt, jetzt, es gibt die Versprechen, ja, man muss nur das wichtigste ist, nach 10 Jahren wussten die Leute nur noch nicht, dass es, diese Werkstätten und die Menschen gab, also, die wurden, das war nachbar, ich weiß das noch immer nicht, das war jetzt jetzt heute noch nicht, und die war vorher noch nicht, und die war vorher noch nicht, das war eigentlich nicht, das war einfach, scheinbar nicht transportiert worden, und, das sieht in solchen Projekten nicht anders aus, und das kann man alles mit den Jahren verweichern. Wer macht Schiefsteincontainer? So, Na klar! Wie ist er? Kommt über deine Faden, ich mache mich. Ja, über die Faden. Ich habe mich schon so etwas in dem Fall vor. Ja, naja. Gut. Ja, es ist natürlich, es maniert einfach nur und schnell Unterstützung. Man glaubt mit Franke. Na klar! Die ist in Franke, meine ich. Man glaubt, man mag nicht die Widerste Schrift nicht für die wieder meine. Also, da geht ja ein Problem zum Signal von auf. Wenn Unternehmen zu mir kapieren, dass die Faktoren wieder zu abhängig sind, dann kann es nicht einsehen, dass hier die Leute in Werbung jedes Jahr 100.000 verjubeln und man hat keine einzige Kultur, außer der Finanzpflicht, und stattdessen irgendwelche verbrochenen Politiker. Wer durchfinanziert die Kulturhäuser in der Region? Was sicherlich mit 100.000? Ja. Naja, aber A nimmt das ab und B ist es noch in der traditionellen Version. Kultur ist aber schon finanziert. Gar nicht schlecht. Wenn du nicht wirklich finanziert hast du die eigene Tasche. Das ist das ganze Problem. Ja. 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 Ja, das war gut. Ja. Genau, wenn ich die Leute auch nochmal zu anderen Unterlegungen vorstellen wollen, dann wäre es natürlich schön, dass wir irgendwann sozusagen die Diskussion noch immer so offiziell nicht jetzt sofort, aber ich wollte auch nochmal weggehen können, dass es noch weiter war und weiter, aber vielleicht mal kurz noch die zwei anderen eingeladenen, dann habe ich mich gerade mal geladen, wo ich echte mir vorstellen. Aber ich wollte immer noch etwas sagen, was wir in Potsdam gemacht haben, einfach umreisen. Das ist ja auch nochmal etwas, der auch von der Anstiftung, oder auch noch eine Fischungsgemeinschaft, das ist leider größten, also die Kunststoffe jetzt. wir sind jetzt noch unter einer Klammer. Ja. Wir sind auch Potsdam und stellen uns vor.